Ja, Moin Kürbens, herzlich willkommen zum nächsten Video. Wir sehen jetzt die Web-Link von Leslie zweimal. Ich will, steht eine und da steht die andere. Und ich will nur sagen, jetzt sind beide zeitgleich. Drei, zwei, eins, zündung. Meine Bräden. Sehr geiler roter Stoß Kuppelfett. Sehr, sehr geil. Auch richtig schön hell. Ja, das dreht der Wind in meiner Richtung. Sehr geil. Sehr, sehr coole Fontäne auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat das kleine Gemetzel gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Video.